Für die Nachwelt. So, ich kann es ja ganz einfach mit Raketenjumpen. So, ich bin drauf. Wo bist du? Ach, du bist da noch. Hier bin ich. Weißt du, wo du hinkommen müsstest? Aber du kommst da jetzt noch nicht mal hoch. Ich bin ja nicht von der anderen Seite hochgeklettert. Hier von den Ranken hinten. Von den Ranken? Ja, ja. Da ging es relativ einfach. Nein, ich wollte gar nicht springen! Ich wollte gar nicht springen! Ich wollte noch! Stirbst du automatisch? Vor dem Aufprall schon dort? Nee, ich hab schon Damage bekommen, nachdem ich aufgeprallt bin. Das heißt, wenn ich hier theoretisch runter... Bleib mal liegen! Bleib liegen! Ich hab mich schon lange befreit. So. Kannst du denn dich irgendwie runterschweben lassen? Wir müssen noch weiter rüberklettern, Esel. Da ist so eine Kill-Barriere, wenn du hier runterspringst, bist du automatisch tot. Oh, wenn ich jetzt ein... Ach nee, bei Mystic bist du mit unserem Rewade? Mit unserem... Du musst ja auf unserem Server sein dafür, ne? Kann sein. Du warst nicht bei anderen Gruppen? Doch. Wenn ich jetzt einen Soulstone hätte, Esel, dann könnte ich einfach aufstehen. Ah, verdammt. Ich hab keinen Soulstone. Wieso noch ein Gegner oder sowas? Ich weiß nicht. Oder so eine Fläche? Na egal. Oder vielleicht so eine Fläche? Keine Ahnung. So. Wohin gehst du jetzt? Äh... Ich bin immer noch dort. Zu dem ersten Ort kann man über die Ranke einfach. Ja, aber selbst das ist schwer. Was, die Ranke? Ja. Wieso? Hinten gehen? Oder wie? Wie? Hier ganz, ganz hinten. Na? Ach so. Ach stimmt, von hier aus bin ich ja geklettert. Hier. Hinten. Äh... Wo ich bin. Ich bin schon oben. Ah crap. Fast. Wieso haben sie das schöne Walljumping entfernt, hm? Wieso machen sie sowas? Überhaupt Blizzard. Wofür zeig ich denn meine? 12,99€ im Monat. Boah, ich brauch echt solche Raketenboots. Kann man die sich nicht selber bauen? Doch, ja. Ja? Wieso hab ich die noch nicht? Ich hab äh... Noch ein nettes anderes Item eh, das ich ausprobieren würde. Das kann ich dir sogar geben, glaub ich. Ist nicht Soulbound. Pass auf Esel. Bist du bereit für ultimative Taktik? Er ist nicht da. Ach so, er ist AFK. Ich hab noch Fallschirme im Inventar. Raketensprung into Fallschirme für unglaublich weite Reichweite. Da hat man damals auch Feuerlande geskippt. Wie teuer sind Raketenboots im AH? Was hast du denn geskippt bei Feuerlande? Die ganze Brücke rüber zum Schloss. Ja, bringt aber gar nichts. Euer A meint nur zu gucken. Ich weiß nicht, ob sie reingehen konnten oder nicht, aber du konntest halt komplett rüberfliegen. Ich bin jetzt mal satt. Ja, da hast du noch eine ganze Pizza. Oh, ein bisschen Thrasher. Wirklich nur Server gebunden. Aber du warst doch selber drin. Dann war ich wohl selber intern drin, ja. 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 Das ist die ultimative Frage, wenn ich hier runterjumpe. Widerli müsste sein Screenshot mal hochladen, wo er gestorben ist. Also Fakt ist, das sollte man hier nicht sehen dürfen. Das ist eine sehr schöne, leere, unfertige Gegend nämlich. Dann warte ich mal auf Esel. Und währenddessen pausiere ich das Video. Und währenddessen pausiere ich das Video.